Weihnachtsplätzchen Rezept 250 Gramm Mehl, dann 50 Gramm gemahlene Mandeln, 50 Gramm Kokosraspeln, ein Päckchen Vanillezucker und 50 Gramm Puderzucker. Und dann legen wir los. Und zwar, das ist jetzt ganz einfach, weil einfach alle Zutaten zusammen in die Schüssel kommen. Und jetzt verrühren wir das Ganze zu einem schönen Teig. So, und durch das, dass es ja wirklich rasend schnell geht, habe ich den Ofen jetzt schon mal auf 190 Grad eingestellt. Und jetzt haben wir hier den Teig, der sieht jetzt so aus. Und jetzt habe ich hier so einen Teigportionierer, ihr könnt aber auch einen Löffel nehmen. Und ich mache da jetzt dann einfach mal so Kekse. So, jetzt habe ich alle auf dem Blech. Also falls ihr euch gewundert habt, warum ich mir ein bisschen, also schwer getan habe mit diesem Teigportionierer, den habe ich mir heute erst gekauft. Und ich muss erst mal gucken, welcher Teig damit am besten geht. Ja, genau. Und jetzt geht es einfach ab in den Backofen. So, also 20 Minuten waren die Plätzchen jetzt im Ofen. Jetzt habe ich hier einfach noch ganz normal Zimt und Zucker. Man kann aber auch Puderzucker nehmen und die dann da, also das bestreuen. Aber ich habe mich jetzt für Zimt und Zucker entschieden. Vor allem, weil ich auch denke, dass das halt gut jetzt zu der Zeit passt. Aber das könnt ihr ja im Endeffekt machen, wie ihr wollt. So, jetzt sind sie zwar schon bestreut, aber ich habe mich jetzt einfach noch dafür entschieden, jetzt wo sie nicht mehr ganz so heiß sind, da sind sie auch ein bisschen härter. Dann lege ich die jetzt einfach hier so in meine Schüssel rein. Und dann kann man es einfach hier so ein bisschen schütteln und wälzen. Und dann sind sie wirklich von allen Seiten schön mit Zimt und Zucker. Bisschen abklopfen. Und ihr habt sie eigentlich schon fertig gesehen, aber ich wollte mich ja auch noch bei euch verabschieden. So sehen sie jetzt aus. Sie riechen auch total lecker, schmecken gut, sind total einfach zu machen. Daher macht es nach, lasst es euch schmecken. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.